Herzlich Willkommen zurück zu Part 7, müssten wir jetzt, glaube ich, sein oder 8, von Bay & Guten Evil. Oh yeah. Bay & Guten Ende, wo sind wir jetzt? Oh mein Gott, wir spielen schon fast 4 Stunden Spielzeit habe ich hier schon. Ah, Mielen. Habe ich nicht im letzten Tag weggemacht? Naja, egal. So, noch ein bisschen leiser, weil es manchmal ziemlich laut ist, dieses Spiel. Wie? Jetzt zum Beispiel. Und dass da auch nicht noch viele Idioten unter mir reinrennt. Aber ich werde es euch noch ein bisschen leiser machen. Toll. Au. Akzeptieren. Naja, ich glaube, das ist besser für eine Lautstärke. Mann, ich verklick mich jedes Mal. So, da wir da einen Anhänger haben, wird hier wahrscheinlich jetzt keiner sein. Achtung, Missei! Hä? Attack! jemand? Mann, ich habe die grad noch nicht? Mann? Mann! Yann, ich denke, sie haben wir deninn portiert. Auch du sieefst. Mann! 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 Oh, ich will das doch nur fotografieren, wo ist da wieder das Problem? Oh, ich habe die Art doch schon... Der geht jetzt zurück, der geht jetzt nicht gut. Da hast du viele rein, wahrscheinlich nicht mehr. Ach, wenn er tot ist, ist auch wieder verloren. Kann ich mich nicht wiederbeleben oder so? Das habe ich auch wieder mal nicht auf Start gedrückt, ne? Jetzt Start, okay, machen wir zwei Minuten. Das wird euch nicht umbringen, da zwei Minuten länger zu gucken. Respektiere dein Heimteam, Kapitel 2. Ich will dieses Handbuch mal lesen, was da drin steht. Ich kann das irgendwo holen. Wenn ich da mal ein Video drüber rauskomme. Ohne das Heimteam! Ausein, HerrKerz, glaube ich, Armored! Der Ratschl in und wieder! Der Ratschl! 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 Klopp, alles tut, dass du nicht verreckst und du sagst, gute Teamarbeit zu mir. Das ist kein Verarschen. Das kann ich mal so kacklich einsammeln. Sie kommen in der Zentralhalle aus. Wir treffen uns später. Viel Glück. Was ist hier jetzt noch? Nix, okay. Laut Befehl des Dorfskohler Kommandos dürfen wir die Auslieferung unter keine Kugelstelle verzögern. Oh Gott, ich liebe so Stellen. Ich bin viel angespannter. Oh, ein Speicherpunkt! Wir haben ja nix fotografiert. Was muss ich eigentlich fotografieren? Mal so ganz doof gefragt. Ziele und Kartenbericht. Errekt das Eisnerbericht und verdächtige Dinge von den Schlachträlen auf Karte verzeichnet. Okay, da ist nix. Da war auch noch eins. Scheiße, man! Kann man's vergessen. Hallo? Haben Sie einen Pullen auf? Na? Na? okay die fliegen das weg die da dran ein starkes stelle ein herz der lebensenergie wieder her das wird mir langsamer gemacht haben das kommt von da drüben das Problem ist ja, da kannst du nicht mehr erhält und weiter geht und gleich können wir ein Foto machen und weiter geht und gleich können wir ein Foto machen und da hinten kann man ein Foto machen ja gut also ich muss hin jetzt jetzt da so bestätigt der das soll vielleicht können wir auch da kommt ein dringling ein dringling der jetzt sie den Oh, die regnen leicht auf, diese Dippen. Sie vibriert. Und dreht euch um, und dreht euch nochmal um. Oh, das ist doch ein schönes Bild. Das ist das zweite, scheiße, ne? Hätte mir auch irgendwann was sagen können, Mann. Dann können wir gleich nochmal hinrennen. Den Weg finde ich doch nie mehr. So schön episch. Was wäre gewesen, hätten wir dieses den Fähigen weggetan, der wir jetzt beglauben müssen? Na. Okay. Jetzt hab ich da mein Foto gemacht. Jetzt müssen wir... Keine Ahnung, grün. Kartebericht. Ja, Sir. Kartebericht. Ja, Sir. Komm. Okay, dann. Ich will da jetzt zurück. Okay, das ist doch eben... Auch das ist doch zwei, oder? Ja. Kann ich hier noch irgendwas sehen? Kann ich hier noch irgendwas sehen? Ich glaube, dass das Oberwennwünge verletzt, aber das muss ja... Und hier ist nicht hin. Oh, Leute. Durchgepackt. So, hier dürfte halt eigentlich kein Depp mehr sein. Nein. Ich muss hoch. Hier. Kann ich hier hin? Ja, okay. Ich glaub, nur je nach dem zu dritten, aber... Vielleicht... Naja, ich muss die ja sehen, ne? Vielleicht bei dem Fenster... Sag mal. Da oben? Da! Da fährt einer lang. Dann fass ich mich auch mal an. Da sind alle bestimmt jetzt... Keine Ahnung. Kann ich hier von irgendwo oben nehmen? Nee, hier geht's wieder runter. Nee, hier komm ich ja her. Hier ist das auf keinen Fall. ... ... Wieso eigentlich auf dem Mond? Klar, sicher, aber ich glaub, so... Die Erde... Ups. Ist relativ groß, oder? Kann man doch eigentlich viel... Mehr Orte nutzen, oder? So, vom Prinzip her. Oh, Nevada! Ich habe jetzt einen Plan, wo ich hinrenren muss. So, innere Gräben. Ne, hier ist es denk ich mal nicht, ne? Weil... Karte. Da! Guck mal! Also, das ist auf jeden Fall in dem Inneren. Ach! Dann muss ich da mit Maus, ne, okay. Dann weiß ich sogar, wo lang. Guck mal, ob ich auch so durchkomme. Das war ja gar nicht so schwer. Ich glaube, das war auf der Seite. Ich bin jetzt richtig. Das war ja gar nicht so schwer. Und dann hier hinten irgendwo hochfahrt. Da! Hier geht's nochmal. Oh Gott, was ist das denn für eine Cam? Dankeschön. Genau hier wollte ich jetzt. Nordflügel. Wie lange haben wir denn noch? Vielleicht muss ich jetzt schon wieder hier stoppen. Das wendet sich. Okay, dann noch genug Zeit. Wir treffen uns später wieder. Okay. Manchmal muss man das Team auflösen. Was war jetzt mit TNA? Hä? Den kann ich ja nicht jetzt drauf holen. Was geht mit dem ab? Das kommt von da drüben. Eindringlich. Oh. Oh. Ich glaube die, wo kein Lufttankepten drauf ist, sind die Bossdinger. Wow. Nebel. Oh. Ich war wohl zu schnell. Egal wie scheiße knapp das jetzt war. Und weiter geht's. Gut, dass wir diese Schlüssel haben, ne? Also da einfach mal einen normalen Druckknopf hinzupacken. Easy. Krab ups umsonst und stark ups umsonst. Oh, geltend umsonst? Da gibt es etwas, was ja auch fehlen, ne? Wie gibt's jetzt? Zwei Wege. Schattet jetzt ohne Markierung. Damit transportieren sie die Opfer. Nein, wirklich. Ja. 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 Erstmal hier rein. Eil Perle. Und jetzt raten. Wir raten, dass wir hier rein können. Rein muss. Das kommt von da drüben. Ich bin weg. Okay, auf jeden Fall kann ich nicht noch lang. Ah, okay. Das kommt von da drüben. Ich gehe. Alarm! Alarm! Ich würde mich verarschen. Der sieht mich da durch. Also, okay, jetzt ist das ja so offen. Okay. Da ist ein Hautraubteil, da ist ein Knopf, da ist ein Hautraubteil, da ist ein Knopf. Das ist ein Knopf, da ist ein Knopf. Oh! Oh, okay. Oh, okay. 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 was gibt es denn so zu erzählen die welt ist schön wir haben das spiel zu 15 70 prozent fertig würde ich mal sagen und und ich fahre im aufzug nach unten fahre ich im aufzug blablabla 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 Eindringling! Eindringling! Oh, ich bin weg. Alter, zu bunt. Herr, bitte Erlaubniszone! Alarm! Alarm! Herr, bitte Erlaubniszone zu säubern! Bestätigt! So, ohne säubern! Wie ist die Homo? So! Ich habe schon keinen Bock auf diese... ...die Dinger, ey! ...die Dinger... ...die Dinger... Oha! Das gibt ein ganzes Herz hier. So ein... ...biste Eck. Hätte ich nicht gedacht. Free Healing. OK! So... So... ... Und ich weiß ja jetzt schon, da ist hier irgendwo. Okay. Oh, es geht flank, geht nach rechts. Ah, verstehe, okay. Das war einfach. Ich glaube, anders kann man den nicht töten. Ich bin gar nicht da, ich bin gar nicht da. Da drüben ist war, ein Dringling. Ach, Scheiße, Mann. Da fällt da wieder raus, Mann. Alter, ey. Da kommt was! Schade. Hätte ich hier vorne geliebt, hätte ich zwei gekriegt. Ne, wäre der dritte natürlich gekommen. Der kann sich auch nicht ein bisschen beeilen, ne? Weil der steht, ach so, der wartet auf dem, der ist in seiner Ecke. Bis bei der Nimm-Position sind so aus. Und jetzt ist er mir auch egal. ich habe den ganzen sektor abgedeckt überall wachen aber nichts für mein bericht konnten sie euch noch das eine foto zeigen da werden die opfer durchgeschleudert ich gebe ihnen rückendeckung vergessen sie nicht ein bild zu machen ja 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 ok ja 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 geht doch Er ist so ein Geld vergessen. Da ist er. Den schwarzen Nigger will ich haben. Nein, das habe ich nicht. Ich bin nicht razzistisch. Nein, nein, nein. Okay. Oh, das ist ein zweimal da. Du bist irgendwie cool. Okay. War ich voll traurig, die Geschichte, wenn man so sieht, ne? Die... äh... Die Zivilisten von Heli... Helis... Die Heliane halt... Ähm... Werden von den Doms angeln dürfen und die geben dafür auch schon direkt aus. Okay, das ist normales Leben. Wenn man so sieht... Wo müssen wir da jetzt noch hin? Wir müssen jetzt noch an den einzigen dunklen Punkt, ne? Da müssen wir von da hinten aus... Sicher? Ja. Also müssen wir da hinten jetzt weg. Und dann... Da gibt's nur einen Weg. Überwachungsraum. Waren wir hin schon? Nein doch nicht. Doch waren wir. Aber... Hä? Okay. Laut dem Ding muss ich vom Überwachungsraum aus da hin. Sprich von... Da oben? Ach so, jetzt kann Double H mit. Vielleicht kann der irgendwas reißen. Ah okay, hier kann ich speichern. Ich hab noch fünf Minuten. Ich gucke jetzt noch von unten mal. Kann der die Diener ausmachen. Nein, der kann drücken. Check! Geht doch. Okay. Dankeschön, Double Hing. Vielleicht hier hinten drin. Irgendwo. Ah ne. Macht steigt... Ah okay, doch. Das kann ich erst jetzt machen. Ich will das aber heute noch beenden, dieses Ding. Sprich. Oh. Wenn. Runter. So, da ist so ein Teil. Jetzt ist hier. Hier ist... Ein S.O.D. Und ein... Was ist das? Noll. Das haben wir doch schon ein paar Mal gehabt, oder? Da kommt das jetzt nur so doof und kurz vor. Da ist dein Weg, da oben! Okay. Ah. Moment. Vielleicht muss ich von diesem Weg aus kommen. das wäre sinnlos, ich gebe keinen Weg dahin. Oder? Nee. Unser Freund läuft dann läuft, Peter. Hüpf! Okay, ich gucke noch hier. Vielleicht finde ich hier irgendwas. Okay, dann eben, nicht. Dann, dass er sich auch nicht irgendwie denkt, komm, verfolge ich die mal. Hm. Den muss ich hier wieder, doch raus noch mal? Nein, der tötig die... ...die... 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 ...ha! Ich weiß, dass sah so komisch ausschauen. Hier komme ich nicht durch. Ich stecke ihren Rücken, Miss Jenny. Check! ... ... ... ... ... ... So. So. Sollte irgendwann nachkommen. Ach, jetzt muss ich den holen. Mach mal den ganzen Stamm-Scheiße hier. Ah, jetzt kommt jetzt Double-H. Jetzt greift uns Double-H wieder am Arsch. Und das waren jetzt knapp 30 Minuten. Okay, jetzt aber noch etwas hinter dieser. Da hinten halt ist. Komm, mehr. Set ein Händchen auf. Junge. Gut, komm, noch ein bisschen mehr. Das ist seltsam. Ich gehe. Ah, komm, wo fährst du? Da drüben! Alarm! Ja, Sir! Ja, Sir! So, erstens. Was ist das? Nein, das ist weg! Scheiße, da ist es. Ich gehe, ich gehe fotografieren. Fotofieren! Ey. Okay, vielleicht müssen wir weggehen, dass es sich wieder zurückportet. Vielleicht hat es Angst vor uns. Kann ja gut sein. Ich hätte Angst, wenn ich nicht so klein wäre. Okay, komm, Sisser! Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Und dann halt nicht. Ich bin jetzt extrem schnell! Das Ende ist lustig irgendwie. Ich suche das Ding doch relativ schnell. Gut, K-Bar, hab's auch immer zum Speichern. Komm, ey. Kontoidentifizierung, okay. Ein Starkkurs stellt ein Herz der Liebe... Ein Starkkurs stellt ein Herz der Liebe... Ein Starkkurs stellt ein Herz der Liebe... Einfach nur 8000 Einheiten noch... ...stellt die Liebe... ...vollständig wieder her. Wir brauchen noch 8000 Einheiten. Ne? Okay. Ja, Sir! Die Auflistung wird langsam. Ja, da haben wir alle Tiere. Ja, ich mag die Musik. Die Musik ist so ähnlich. Eindringlinge! Eindringlinge! Zerstörungsprozedur! Auscontroll um Auflaufen! Karsis und wieder! Es liegt noch ein Dreifler. Das ist noch ein Dreifler? So. kurz gucken im Inventar. Wo war das Inventar? Inventar war auf escape. So jetzt haben wir davon zwei. Da können wir nämlich eins an Double H geben. Das weiß ich noch, dass wir das irgendwann brauchen werden. Okay. Spiel speichern. Ost. Okay, dann machen wir wieder auf die zwei Jahre überschreiben. Zentralhalle. Okay. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß, es hat euch gefallen, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr hört euch bald wieder. Ihr hört euch bald wieder. Euer Grünert.